Haha, 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 ja, haha, haha, sag mal, meinst du nicht, wir sollten was dagegen tun? Ja, wenn er seine Windel verliert, wird's echt voll unangenehm. Passt mal auf, wir zeigen ihm sein blödi Geburtstagsvideo. Nein, bloß nicht, blödi nervt mich. Der ist so oberbescheuert, dass die Kinder sich das Gehirn verstauchen, wenn die sich das zu oft reinziehen. Aua, Donald!